Willkommen zu meinem Video. Heute werden wir uns einmal den Markt anschauen und ja, wir haben ein Deathcrafted, was jetzt gerade reinkommt. Schauen wir mal, wie die nächsten Monate im Markt ausschauen könnten. Noch einmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden direkt einmal reinspringen und uns anschauen, wie der Markt hier ausschaut. So, wie wir hier sehen können, wir befinden uns auf dem Daily Chart und wir formen schon seit Ewigkeiten eigentlich ein relativ großes Pattern. Das ist tendenziell eher ein bearisches Pattern. Das heißt, wenn es nach unten ausbricht, dann dürften wir so roundabout in die 20.000er-Area wieder kommen. In den Medien oder auch auf anderen YouTube-Kanälen wird das bevorstehende Deathcross hier öfter mal angesprochen. So, was heißt das? Deathcross, also Golden Cross ist das hier. Das heißt, wenn der schnellere Moving Average durch den langsameren Moving Average durchgeht, dann ist es tendenziell ein Golden Cross und das ist bullisch. Wenn das Ganze auf die andere Richtung basiert, dann ist es ein Deathcross und das ist tendenziell bearisch. Okay, wie man hier sehen kann. Also im Endeffekt ist es so, es kommt immer auf die Marktsituation darauf an. Wenn man hier mal ein bisschen zurückgegeht, dann sieht man auch im letzten Zyklus, hier haben wir die Boden-Area gehabt, wir haben hier ein bullisches Cross-Kirk. Das heißt, wir haben hier ein Golden Cross-Kirk und was ist danach passiert? Wir sind gepumpt. Ganz wichtig hier zum Bemerkung ist folgendes. Beim Golden Cross, also wo das Golden Cross sozusagen passiert ist, sind wir nicht gepumpt, sondern wir sind gedumpt. Und wir sind hier sogar, ja, roundabout 12, fast 13 Prozent gedumpt, bevor wir dann wirklich gepumpt sind. Das heißt, bevor wirklich dieses Golden Cross, das, also wo der Preis das gemacht hat, was das Golden Cross uns suggerieren soll. Okay. Bedeutet, kurzfristig kann der Preis genau das Gegenteil machen, was das Golden Cross sozusagen, oder eben das Death Cross uns sagt. Ganz wichtig ist natürlich auch die Zeit zum Betrachten, wo das passiert. Wir haben hier den Bullrung gesehen. Okay. Dann haben wir den Bärenmark gesehen. Okay. Und dann haben wir eben diesen Golden Cross kriegen, was uns indiziert hat, dass wir Upside kriegen. Kurzfristig allerdings hier Downside und dann eben das zweite, also vor dem Halving. Okay. Die Zeit vor dem Halving. Was haben wir hier gesehen? Wir haben hier Death Crosses und Golden Crosses gesehen die ganze Zeit. Okay. Natürlich auch hier ist der Preis relativ zügig gemoved beim Corona Crash. Okay. Deswegen haben die dieser sehr kurzfristige Moving Average, der was schneller moved, der hat natürlich auch ziemlich schnell dann auch wieder ein Death Crosses und dann später, wo der Preis recovered ist, wieder ein Golden Cross geformt. Das heißt, in der Jahreshälfte, wo wir uns jetzt befinden, das heißt auch vor dem Halving, ist nicht ganz so viel beizumessen einem Death Cross oder einem Golden Cross, da sich der Preis tendenziell in dieser Area sowieso umeinander bewegt. Okay. Das heißt, was können wir jetzt daraus schließen, dass wir hier ein, eher ein Gefeite kriegen. Okay. Wir kriegen jetzt einmal ein Death Cross. Okay. Was könnte das heißen? Dass wir mittelfristig das genaue Gegenteil machen. Hier haben wir das Golden Cross gesehen, wie man hier sehen kann. Was ist passiert mit dem Preis? Der Preis ist gedroppt. Okay. Ja. Round about 10 Prozent. Okay. Das heißt, wir haben mal kurzfristig gegenteiliges gesehen, als wie das, was der Golden Cross hier suggeriert hat. Sogar später nur mal. Wir sind sogar nur mal auf den Moving Average runtergegangen. Okay. Und dann sind wir euch gepumpt. Das heißt, overall signalisiert uns der, dieser, äh, dieses Golden Cross ein positives Preis-Movement. Okay. So. Was würde uns jetzt das Death Cross signalisieren? Das ist ein negatives Preis-Movement. Aber kurzfristig könnten wir pumpen. Okay. In diesem Fall wäre es möglich, dass wir die nächsten paar Tage hier pumpen. Okay. In das, ähm, Golden Cross, also in das Death Cross hinein. Okay. Auch hier eventuell an diese Linie, okay, an diese horizontale, ähm, ja, Widerstandslinie hier, die man hier sehen kann. Und dann erst abgestraft werden und dann eben weil dieses Pattern nach unten durchbrechen. Okay. Das könnte passieren. Bedeutet auch, dass wir hier noch eine, ähm, ja, eine Möglichkeit haben, auf alle Fälle günstiger einzukaufen, unsere Positionen zu adjusten, neue Positionen aufzubauen und so weiter. Speziell, wenn es jetzt um dezentrale Protokolle geht. Zum Beispiel diese, die Eberstrategie, was wir, äh, in einer Membership und auch hier schon länger auf YouTube besprechen. Genau. Das heißt, so ein Szenario würde mir persönlich, also geiler kann es gar nicht sein, mir wäre es sogar auch recht, wenn wir hier noch mehr Downside kriegen, würden. Okay. Wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen genauer anschauen auf dem Weekly Chart, okay, wir nehmen nochmal dieses, ähm, mögliche eben, also dieses aufkommende, ja, ja, Deathcross, also weg. Wir schauen uns einmal das Bull Market Support Band an und wenn wir jetzt hier auch in der Vergangenheit einmal ein bisschen reinschauen, was ist tendenziell möglich, wenn wir dieses Bull Market Support Band nach unten hin verlassen, wenn wir schon vorher eben die Bodenbildung gehabt haben und eben ein bisschen eine bullische Struktur drin gehabt haben. Kann sein, dass wir kurzfristig einen Market Structure Change kriegen, das heißt, dass der Overall Trend, der was jetzt als Bullish ist, in einen bearischen Trend umschlägt. Was muss dahin passieren? Dahingehend muss passieren, dass wir diese Linie hier brechen, das heißt, dass wir das Low rausnehmen. Okay, im Moment ist es so, dass wir noch kein Lower Low gekriegt haben. Wir brauchen ein Lower Low, um die, um die Market Struktur, auch eben jetzt einmal auf der Makro Ebene, zu verändern. Okay, wenn wir uns hier mal ein bisschen weiter zurückschauen, wie man hier sehen kann, haben wir das Ganze schon mal gehabt. Auch wir haben einen bullischen Einstieg nach der Bodenbildung gehabt und wir haben das hier nach unten verloren. Okay, dann, was haben wir dann gesehen? Wir haben einen Versuch gesehen, wieder über das Bull Market Support Band zu gehen. Also sobald wir hier runtergekommen sind, ist es Resistance und keine Support mehr. Okay, und haben versucht, das Ganze nach oben hin zu brechen. Was ist passiert? Wir haben es nicht geschafft. Was ist daraus resultiert? Die Downside ist weitergegangen. Wir haben Lower Low's reingeknallt. Okay, hier haben wir sogar das Bull Market Support Band nach oben hin durchschlagen. Aber wenn wir jetzt keine Corona-Krise gekriegt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich Support gefunden und wir wären munter weiter in den Bull Run gegangen. Okay, da wir das nicht geschafft haben, haben wir das Bull Market Support Band wieder verloren und haben es dann erst in einer V-Shape Recovery zurück erobern sozusagen können, um es dann als, wie der Name schon sagt, Support Band zu nutzen in den Bull Run. Okay. So, wie schaut es jetzt aus? Im Moment schaut es, ja, wir stehen kurz vor einem Death Cross, was kurzfristig bedeuten könnte, dass wir pumpen, dann möglichst eventuell sogar in das Bull Market Support Band rein, so wie das letzten Zyklus. Wir aber dann rejected werden und dann das Death Cross sozusagen sich über die nächsten Monate ausspielt und uns eine Change in der Overall Market Structure, das heißt Marktstruktur beschert. Okay, bedeutet eventuelle mehr Downside. Das würde natürlich auch wieder Confluence geben mit eben Bull Market Support Band durchschlagen, aufkommendes Death Cross, ein bearishes Pattern, was ihr formt. Okay, wir haben schon drei Sachen, was uns eher in die Downside zeigen. Okay, und falls wir hier vor der Fälle pumpen und Rejected werden, dann ist es tendenziell, wie gesagt, möglich hier, dass wir dieses Pattern brechen. Okay, und sagen wir mal, das Target dieses Patterns ist ungefähr 20.300. Hier kann man auch andere, ja, Metriken heranziehen, wenn man hier zum Beispiel noch nur aufs Volumen schaut. Wir schauen uns, sagen wir mal, dieses Volumen hier, hier oben hier an. Okay, wie man hier sehen kann, wir befinden uns in einer relativ hohen Volumen Struktur hier, auf alle Fälle. Und wir haben hier sehr, sehr oft, sehr, sehr oft die Value Area Low angetestet. Und je öfter wir das antesten, wie man hier sehen kann, also sehr, sehr, also Monate, ein Monat lang hier, das sind nach Wochenkerzen, immer wieder angetestet. Und das ist dann ja so, je öfter man etwas antestet, desto eher ist es dann auch, dass es bricht. Okay. Hier kommt wieder in der übergeordneten Range der Point of Control mit, zusätzlich nur als Confluence, eventuell, dass wir hier wieder zusätzliches, ähm, zusätzliche Resistance haben mit dem Bullmarker Support Band, mit dem Point of Control und natürlich auch mit den Bändern, äh, was das Death Cross, ähm, ähm, signalisieren. Das heißt, hier ist brutaler Widerstand am Start. Und der Support von unten wird immer weniger durch das mehrfache antesten. So. Und jetzt kann sich natürlich auch jeder mal die Frage stellen, okay, die Chancen, dass wir in den nächsten Monaten mehr Downset kriegen, ist auf alle Fälle relativ hoch. Und was können wir mit der erhöhten Downset dann anstellen? Welche Möglichkeiten bieten sich uns, ne? Natürlich, günstiger nachkaufen, ne? Das ist natürlich meine A-Möglichkeit, aber was jetzt zum Beispiel Hebelpositionen und so weiter angeht. Welche Möglichkeiten haben wir, ne? Und ich sage ja auch immer in der Membership dazu, wenn der Preis nach unten geht, dann kommt der Preis uns entgegen. Okay, er kommt uns immer entgegen, eventuell. Denn wir sind genauso positioniert, dass uns die Upside und auch die Downside, immer in die Karte spielt. Das heißt, es gibt absolut keinen Grund nervös zu werden. Man muss einfach nur einen Plan machen und seinem Plan treu bleiben. So. Das bedeutet, wir haben hier sehr, sehr viel Confluence, dass wir eventuell mehr Downside kriegen würden. Wohin kann die gehen, wenn wir uns hier mal das FIP-Level aufziehen, zum Beispiel vom Boden bis zu dem Top, wo wir uns jetzt sind? Dann wäre eventuell ein denkbares Szenario auf einen Drop, was eventuell, wie gesagt, auch Confluence mit diesem Pattern geben würde. Also ungefähr Richtung 20.600 bis 20.900 roundabout. Okay? Hier würden wir allerdings auch das Low noch nicht rausnehmen. Okay? Wie man hier sehen kann, diese Woche ist extrem aufgekauft worden. Okay? Geht runter bis auf 19.600. Okay? Möglich ist natürlich, wenn globale Ereignisse und so weiter nur mal viel krasser eskalieren in dieser Phase nur zusätzlich. Denn wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, ja, extrem aufgeblasen. Und der stärker werdende Dollar spielt natürlich auch noch ein bisschen mit rein. Das heißt, sehr, sehr viele Faktoren, die was hier im Moment auf eine Downside, also erst einmal kurze Upside mit einer folgenden Downside, ja, hindeuten. Genau. Interessante Zeiten, in der wir leben und bieten uns natürlich auch extrem geile Möglichkeiten. Genau. Ich persönlich bin eigentlich super zufrieden mit meiner Positionierung. Ich werde auch an meiner 100x Challenge, an meiner Challenge-Position derweil einmal nichts ändern. Ich werde das Ganze aussitzen. Liquidationspreis ist nach wie vor ungefähr bei 10.800, 10.900 roundabout. Das bleibt ganz normal. Und meine ganzen anderen Positionen sind genauso positioniert, damit mir eine erhöhte Downside sogar noch viel krasser in die Karten spielt, als wir jetzt einmal ein bisschen Upside. Okay? Denn tendenziell ist Positionierung vor dem Halving unglaublich wichtig und natürlich auch, wenn wir global krasse Events sehen, Liquidations-Events sehen, sind das wahrscheinlich die krassesten Chancen, die was so schnell nicht mehr zurückkommen. Das heißt, in die nächsten Monate unglaublich Obacht geben, was passiert im Markt und vielleicht hat eine gewisse, die ein oder andere krasse Downside auch eine brutale Chance für langfristige Gains. Genau. An dieser Stelle gerne eure Fragen in die Kommentare und wenn das euch ein Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like auf das Video und vergesst mal den Channel zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.